Nein, ist das kacke! Rot X, Rot, äh, Grün ist gut und dann Orange ist um 50% Alright then Normalerweise hätte ich dieses Spiel hier gar nicht gespielt, aber mir wurde das ganze hier vorgeschlagen Deswegen spiele ich jetzt auch Playtown Äh, ich würde sagen, viel gibt es dabei nicht zu sagen Lass einfach rein gehen So eine Scheiße, so eine komische Intro-Sequenz schon Es geht schon sehr, 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 sehr stark los Und ich will jetzt schon nicht mehr Playtown Von der Grafik her, äh, sieht schon mal ziemlich okay aus, würde ich sagen Aber wenn halt die Räume, die Environment scheiße aussehen, bringt das auch nicht mehr viel So, wir können auf die Toiletten gehen Nee, können wir hier reingehen Ja, was ist das? Hi, ist das hier so eine Art Büro oder was? Warum sind denn hier Kinderstühle und sowas, hä? Also, sorry Hier wäre Turn this button to activate something Wuhuuu Mysteriös Ich find's auch super, wie diese Wandtextur hier wirklich die höchste Resolution hat, die man sich aber nur vorstellen kann Ich hab gedreht, jetzt passiert something special Oder was? Oder was? Oder wie? Oder was? Remember, drink water Kann ich? Nee, kann ich nicht Danke Äh Was ist hier gewesen eigentlich? Premium Reis? Was kommt da? Es gibt sogar Reis-Wallart Warum? Und warum schmeißt du das hier einfach auf den Boden? Und warum wird das in Fässern gelagert? Und warum hast du eine Maske auf? Und warum ist der Reis so groß, Digga? Exit? Kann ich? Schade Gut, dann machen wir halt den Scheiß hier Ähm, Steak Area Das erinnert mich an dieses Musi irgendwie vom Environment her Es sieht irgendwie ziemlich, ja alles ein bisschen, äh, scheiße aus Steak, äh, Steak Area oder Steak oder Steak oder Steak oder Steak oder Crystal Machine Oh ja, die habe ich auch in real life, ne So, hupf, ich stelle auch andere Kristalle her Okay Who the fuck are you? Haaa Was war das? Was war das denn? Wer bist du? Ich will den nochmal Kann der bitte nochmal kommen? Achso, ja Pfff, natürlich Also, klar Was auch sonst? Wo soll der denn hingegangen sein vor allem? Ach komm Ist doch alles, alles Ist doch alles einfach nur bescheuert hier Alter Alter, what the shit, Alter Was ist denn los? Hä? Oh, Alter Was? Wollt ihr mich verarschen? Jump and Run? Ist das euer scheiß Ernst? Ihr wollt mich verarschen! Hättet ihr nicht einen Spawn hier setzen können? Wäre das so schwierig gewesen? Oh, Alter Weißt du, solche Games regen mich ja immer auf, ne? Da kriege ich immer eine Psychose von Was zum Teufel ist das? Dino Tooth Nein, ist das kacke! Hä? Das waren doch mittlerweile 10, oder? Nicht? Also, wir müssen ja irgendwo scheinbar noch Dino-Zähne rumliegen Aber wo möge denn hier noch ein Zahn rumliegen? Im Ballpit Das wäre gemein Ach hier, guck mal Alter Alter Was ist denn das hier? Was ist ne dumme Kacke, Alter Ich kann das nicht mehr Was ist mit diesem Parcours los? Ich verstehe den Parcours nicht Der Parcours ist irgendwie Ganz weird Dieser eine Sprung, ey Was ist das zum Teufel? Halt die Schnauze Als ob ich mich vor diesem Parcours so erschrecke Obwohl eigentlich schon, ne? Ich sag ehrlich Bro Ich sag ehrlich Jo Und für die nächste kleine Minute Horch in dich hinein Und frag dich Wie geht es dir heute? Und wie fühlst du dich jetzt? Boah, kann dieses Scheiß-Film mal aufhören? Boah, es geht mir so auf den Sack Ey, aber dass das Scheiß-Spiel jetzt gespeichert hat, ey Wenn ich diesen Parcours noch ein einziges Mal in diesem Kack-Video machen muss dann, ne? Dann aber Dann Dann Hau ich euch die Schnauze an Rot X Rot, äh Grün ist gut Und dann Orange ist, äh 50% Alright then Ja, wow Was ist das jetzt für eine riesen Tür, ey Was ist das? Bro Oh Könnt ihr einfach aufhören Stock Art zu benutzen oder was weiß ich? Ist das Steak Oder Steak Oder Steak Oder Steak Oder Steak Oder Ist es der? Really Jetzt Weil, also Ich weiß ja nicht wie bei euch zuhause ein Stegosaurier aussieht, ja? Aber Aber, also sorry Excuse me Aber das ist kein Stegosaurier Ja Äh Wie 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 Also was? Raw Meat? Okay, ja, machen wir mal. Hier, viel Glück, mein Guter. Damit klicken wir den Safe an, oder? Ja. Ja, machen wir. Hier! Ey, ich hab dir extra ein Steak gemacht. Sag mal, geht's bei dem noch? Der hat sie doch nicht mehr alle. Muss ich diesen Weg überhaupt hier machen oder nicht? Der hat sie doch nicht mehr alle. Geht's dem noch gut, Alter? Ich hab dir extra ein Steak gemacht. Der schätzt das gar nicht. Der nimmt das gar nicht. Alter, der war aber schnell hinter mir. Na, willst du noch mal? Ach, komm, Alter. Du bist so ein Soll ich da reingehen? Also, es sieht sicher aus, wenn ihr mich fragt. Es war da bestimmt ein Google-Übersetzer, oder? Es war Google Textus. Einfach Lava, oder was? Ja, natürlich. Na klar. Warum auch nicht? Ja, moin. Grüß dich. Oh ja, oh nein. Super creepy. Oh nein, oh nein. Falling Steel. Really? What the fuck? Employee Training nennt ihr das? Wohl eher Employee Killing. Hey, was zum Teufel ist das? Ach, das ist super. Das einzigste Gute in diesem Spiel einfach. What the fuck? Und was, wenn ich hier durchgehe? Was, wenn ich hier an der Seite gehe? Ja, super. Guck mal, hier wird die Lava gelagert. Perfekt einfach. Super. Wenn ich den Kristall nicht habe, dann verklage ich den Entwickler. Mach mal einfach so, okay? Mach mal einfach. Mach mal einfach so. Dein Glück, ne? Hast du da nochmal Glück gehabt? Mein Scheiß, hör auf. Ich will hier raus. Ich will das nicht mehr. Mr. Humptump. Ich habe kurz Humptump gelesen, Alter. Fuckin' ja. Oh wow. Really jetzt. Mach auf, Mom. Stegi. Geil. Steak Elixier. Ist das dumm, Mann. Ist das dumm, Mann. Ist das dämlich. Was zum Fick, Alter. Oh, jetzt versuchen die... Oh, wehe. Wehe. Ihr gebt mir jetzt Lore, Alter. Oh wow. Alter. Oh wow. Oh wow. Oh, total coole, krasse Lore. Mit diesen komischen Next-Bot-Bildern. Damn, was haben wir gemacht? Zumindest haben sie ein bisschen okayes Voice-Acting inbekommen, aber der Rest ist scheiße. Wow. Und jetzt nochmal eine Cutscene. Was war das? Was zum Teufel war das? What the fuck? Oh. Oh man. Oh man. Oh man. Bis zum nächsten Mal.